Man meint immer, dass eine Rasenfläche pflegeleicht ist. Das ist nicht der Fall, denn eine Rasenfläche muss vertikultiert, erifiziert, vielgewässert werden. Und das macht tatsächlich viel Arbeit. Eine Staudenfläche dagegen sieht nicht nur gut aus, sondern sie wächst auch dicht zusammen. Das heißt, da muss man weniger Unkraut zupfen. Diese Flächen, die locken Insekten im Garten an und bereiten einfach mehr Freude. Hier ein sehr schönes Beispiel für einen Schattengarten. Und zwar habe ich hier die Lilientraube und die Elfenblume gepflanzt. Diese beiden Pflanzen, die blühen sehr schön und wachsen sehr dicht zusammen. Das bedeutet, wir müssen hier weniger gießen, weil wir dadurch eine geringere Verdunstung haben. Und jetzt ist gerade eine perfekte Zeit für die Pflanzung, weil wir haben gerade Herbst. Die Pflanzen, die fangen jetzt nochmal an, etwas Wurzeln auszubilden, wachsen an, ziehen sich dann über den Winter zurück und können dann im Frühjahr wieder richtig schön austreiben. Weitere hilfreiche How-Tos rund um das Thema Garten findest du bei den Kollegen von der Machbar-Akademie.